Willkommen zurück zu World of Warships und heute sind wir mal im Low-Tier unterwegs. Ich will nämlich die Kitakase haben und habe deswegen angefangen die japanischen Gunboats zu grinden. Ich könnte wahrscheinlich die Kitakase sogar schon haben, wenn ich meine Free XP benutzen würde, aber ich will auch die Asuma haben. Deswegen mache ich das nicht. Und typisch für Tier 4 Games haben wir nicht einen, sondern zwei Carrier gegen uns, was als Zerstörer immer richtig klasse ist. Und wir haben sehr viele Zerstörer im Team. Fünf, um genau zu sein. Und häufiger Fehler, den ich auf der Map hier sehe von Zerstörern, ist, dass die gleich direkt losrushen und dann alle verrecken. Gerade wenn so viele Zerstörer im Game sind, muss man nämlich als Zerstörer aufpassen, vor allem, wenn man mit dem Kapitän noch nicht die Funkordnung geskillt hat. Wo, sind wir jetzt mal ehrlich, ich glaube mal nicht, dass so viele Leute auf Tier 4 einen Level 14 Kapitän haben. Weil vorher hast du Funkordnung nicht, weil wenn du auf Level 10 bist mit dem Kapitän, skillst du die Tarnung, nicht die Funkordnung. Deswegen, ja. Man sieht, vier von fünf rushen direkt los. Mal gucken, für wie viele das gut geht. Auch ist das, und die Tatsache, dass sie dann relativ klein ist, sorgt halt dafür, dass die zwei Carrier ein eher größeres Problem für uns darstellen. Deswegen hoffe ich jetzt, dass die Gegner sich so verhalten, wie es die meisten tun. Sobald man entdeckt, kann man natürlich auch die Flachse anschalten, weil dann ist ja eh egal. Und sich eher an die Ränder konzentrieren. Und da die Isokase einen relativ guten Tarnwert hat, hoffe ich dann auf die, natürlich einmal durch die Mitte durchfahren zu können. Und den Carrier ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Aber erstmal, wie gesagt, hinten bleiben und gucken, wie sich es entwickelt. Denn wir sind nicht beim Punktecapturen, wir haben nichts davon zu weit nach vorne. Im Endeffekt müssen wir nur so weit nach vorne, dass wir spotten können. Da, ganz am rechten Rand, sehen wir schon mal unsere V-170. Die wahrscheinlich bis eben gespottet gewesen ist. Und von drei Gegnerinnen-Schiffen direkt angegangen wurde. Inzwischen, jetzt muss es aber, glaube ich, in der Insel noch nicht mehr gespottet sein. Ja, okay, sie sollte safe sein. Und am unteren Rand sieht man, wie sich welche von, sowohl unseren als auch von deren Team tummeln. Also jetzt, wo wir ein bisschen Delay hatten, können wir jetzt auch mal hinterher. Tatsächlich sind Inseln für Zerstörer aber häufig gar nicht so vorteilhaft. Ja, wenn man hinter einer Insel vorkommt, kann man das nutzen, um... Ne, hier mal ein paar Zoning-Torpedos. Vielleicht treffen sie ja was. Äh, wenn man hinter einer Insel vorkommt, kann man... Kann es sein, dass man in der günstigen Position ist, jemanden direkt Torpedos reindrücken zu können, bevor der reagieren kann. Meistens wird es aber eher so sein, dass man selber von irgendwas überraschen wird. Außer man ist ein deutscher Zerstörer in der Hydroakustik. Deswegen sind offene Gewässer für Zerstörer meistens vorteilhafter. Wobei es natürlich immer auf die Situation ankommt. Und hängt auch immer davon ab, was für ein Zerstörer du bist. Wenn du ein Gun-Boot bist, dann ist deine Aufgabe sowieso eine völlig andere. Oder wenn du Kurzstrecken-Torpedos hast, so wie die Russen zum Beispiel. Das ist dann auch nochmal eine völlig andere Geschichte. So, anyway. Man sieht, dass sich die Gegner auch in die Ränder verteilt haben. Und da vorne ist eine Gang-Gut, die relativ solo ist. Das heißt, mein aktueller Plan ist jetzt, da mal in der Mitte durchzufahren. Deswegen habe ich auch einen Maschinen-Boost angemacht. Und der Gang-Gut so ein paar, sechs Torpedos in die Seite zu drücken. Dazu fahren wir einmal durch die Nebel von der Shenyang durch. Und wenn wir sowieso im Nebel sind, dann können wir auch schießen. Auch wenn die Sokasen noch nicht zu den Gun-Boats gehört. Und deswegen, was Artillerie angeht, denkbar schlecht. Ich gucke dir das an. Elf Sekunden. Auf dem Zerstörer. Leider ist die leeren Shenyang allerdings ein bisschen nah ran gekommen. Das hat sich trotzdem gespottet. Ich habe das Glück, dass keiner auf mich zielt. Weil auch wenn die zwar gespottet sind, die alle einen blöden Winkel haben. Aber trotzdem. Ist der Plan, so schnell durch dich hier wegzukommen. Und da zeigt sich eine Lang Lane. Übrigens, währenddessen haben wir schon zwei verloren. Die Gegner aber auch. Wir haben zwei Zerstörer verloren. Die Gegner, einen Zerstörer und einen Kreuzer. Und das mache ich auch. Das sind alle so, wie die Idioten aufeinander rasen. So, Gang-Gut ist inzwischen. Nähe an der Insel und da draus gedreht. Das heißt, sie hat tatsächlich gar nicht mal so einen günstigen Winkel für Torpedos. Das gepaart mit der Tatsache, dass die Karlsruhe mit... Ne, die Karlsruhe, die Shenyang. Ne, die V-170. Die V-170 hat mich gespottet. Das sorgt dafür, dass ich jetzt erstmal... Gut, die Karlsruhe könnte gefährlich werden für mich. Deswegen korrigieren wir das mal kurz, dass die nicht mehr gefährlich wird für mich. Ja, meinen Fokus auf die Langley ändere. Und dies wird übrigens auch, warum ich Single-Packs nicht mag. Auf große Distanz sind die halt echt unzuverlässig. Maschinenboost deaktiviert. Ich wollte es gerade sagen, genau, Maschinenboost ist aus. Ist aber jetzt an dem Punkt egal, denn wir sind am Ziel. Torpedos allerdings noch nicht sofort abfeuern, denn es ist nur zu warten, was macht die Langley? Die sieht mich. Das heißt, die wird auf jeden Fall nicht weiter stillstehen. Und dann wird die Antwort, sie fährt vorwärts. Das heißt, die sollten eigentlich sehr sauber in die Breitseite fliegen. Flugzeugträger beschleunigt relativ langsam. Und hier, tatsächlich hat mich kaum was getroffen, weil... Obwohl ich Breitseite zu den Raketen gezeigt habe, habe ich rausgedreht. Und ja, das ist die Langley-Geschichte. Und wir haben keinen Devastating Strike bekommen. Doch, das war der Devastating Strike 100 pro, wir haben bloß... Ne, genau richtig, mit den Achievements im Rebuild sind immer ein bisschen buggy. So, und da ist Langley Nummero Duo. Wir haben zwei Torpedore wieder. Das dritte ist leider gerade eben kaputt. Da kam mir die Flugzeuge an, deswegen ist das nicht nachgeladen. Langley ist bereits in voller Fahrt, deswegen schieße ich jetzt nicht sogar genau in die Prediction-Line rein. Und da ich sonst nichts mehr machen kann, gehe ich jetzt in den Nebel. Shenyang ist ein Chinese, das heißt, die hat nur Tiefenwassertorpedos, die muss ich keine Angst haben. Weil eigentlich ist, wenn man in der Nähe von anderen zerstören, in den Nebel geht immer so die Sache. Torpedos. Gut, das sind jetzt nur Flugzeugtorpedos, da kann mich auch hier einer treffen, das überlebe ich. Aber ja, wie gesagt, mit Zerstörern ohne Kreuze eigentlich auch. Eigentlich generell, Nebel sind immer sehr einladend für Torpedos, da habe ich übrigens die Langley getroffen. Und plötzlich geht nur alle Flugzeugträger los. So, da ist eine Isokase, deren Torpedos sind durchaus eine Gefahr. Wenn die in den Nebel reinschießen sollte, das heißt, ich mache wieder die Fliege, repariere auch meinen Steuerruder. Und ja, da kommen sie auch schon, Überraschung. Wer hätte auch damit rechnen können, dass der in den Nebel reinschießen wollte. Allerdings gewinnen wir hier nach Punkten, bevor es zu einem Entscheidungswurschen, dem Duell zwischen deren Isokase und mir kommen könnte. Wir waren weiter ziemlich low. Mit Torpedos würden wir uns wahrscheinlich nicht treffen und da die Isokase legendär schlechte Kanonen hat. Ich glaube nicht, dass das noch so lange gegangen wäre. Da das Video aber sehr schnell ging jetzt, kann ich aber gleich sagen, morgen kommt noch eins. Wir sehen uns dann, bis das nächste Mal. Ciao. Wir sehen uns dann, bis zum nächsten Mal.